4.2 Und wieder mal herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4.2 Uah, 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 dort ist das Feich. Äh, es fährt gerade mit Action. Ich glaube, jetzt ist die erste Begegnung mit dem neuen Gegner. Ich kann es mir vorstellen. Nein, immer noch nicht. Seht ihr das Blut? Ein komischer. Wo ist denn das wieder abgehauen? Das kann es doch nicht sein. Oh yeah. Da können wir nicht raus. Okay. Die Sicherheit hat einfach mal geschlagen. Da ist niemand. Backhead, ich habe eben Arrestit in einem Aufzug verschwinden gesehen. Ich werde sie einholen. Seht zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draussen. Okay. Alles klar. Wir brauchen noch nicht. Okay, da können wir durch. Nice. Da muss ich sicher runterkumpen. Das bin ich, oder? Das bin ich, oder? Tschüss! 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 Stier! Das ist der dritte. Oh! 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 Gesicht! Schlaue ihn! Schlaue ihn! Oh! Nicht das! Oh! 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 Wo ist der dritte? Tschüss! Oh! Schüss! Oh! Oh! Wo ist er? Oh! 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 Oh, da ist noch mal einer! Oh, ich wünschte, ich könnte es verbrennen. Oh, da ist noch mal einer! Geh weg! Gib mir das Gesicht, entziehen! Nein, lass da raus! Was? Das grusige Kabel! Lass mich da raus! Lass mich da raus! Weg, weg, weg! Geh noch mal! Geh noch mal! Geh noch mal, Beckett! Lass mich da raus! Rausen! Halleluja! Danke für den Safe! Danke für den Safe! Lass mich! Wir müssen ihr helfen! Ja! Hörst du das? Sie meint! Oh shit! Was ist los? Wieso schnaufe ich? Was ist los? Wieso schnaufe ich? Wie hell? Was ist das? Was ist das wieder grossiges? Ich weiss, warum sie weint. Ihre Babys. Sie durfte sie nicht mal anfassen. Was für Babys? Was für Babys? Das war der Fox, nicht der Tchankowski. BAAH! Sorry, ich wollte euch noch etwas verschrecken. Okay, ich höre aber nicht. Der wird gerade gescannt. Okay, jetzt habe ich die Stromzufuhr gewachsen. Jetzt komme ich wahrscheinlich in den Daumen. Ach du Scheisse. Alle am durchdrehen. Hey, du bist einer von uns. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay! Das war der Fox. Oh nein! Das Spiel ist so pervers. Das ist das Spiel. Okay. Weiter geht's. Okay. Nix. Jetzt geht die Taschenlappen nicht mehr raus. Entschuldigung. Massakriert. Wir sind wirklich massakriert. Oh, du Gesicht. Das ist heute ein Safe-Game. Es wird gerade sehr viel gesafed. Na gut. Ist mir recht. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Gibt es kein Weck. Hören Sie. Wir haben das so ge... Keine Leine. Also kommen nur... Wenn ihr da um die Ecke kommt, gibt es eine riesige Explosion. Ich sage so. Links könnte es nicht kommen. Es ist ein... X-Ray in U. Seht ihr oben links? Das rote Schild. Boom! Ja, ich habe es euch gesagt. Wieso könnt ihr dann auf einmal gleich da durchkommen? X-Ray ist in Use. Ah, voll schlecht. Oh. Wieso haben die so blöde... Tanks auf dem Rücken? Ich meine einen Schuss drauf und... Ja, ich habe es gesagt. Ja, die Fälke habe ich auch. Boom! Komm schon wieder. Seht ihr, was ich meine? Es ist so sinnlos. Hör mal auf Schiessen, ey. Muni, Muni, Muni. Bei. Kamera. Ja. Oh. Es ist so schnell. Und zäh. Ah, Mist. Kugelsicher. Da ist so schnell. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Okay, weiter. Oh. Da ist mein Abzugfinger ein bisschen schnell gewesen. Okay. 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 Ich schaue gleich mal da rein. Oh, nice. Reflexiektur. Ah, komm, das ist nix. Ich brauche nix. Ich brauche nix. Ich habe genagelt Reflexe. Ich brauche nix. Aber ich brauche nix. Ich brauche nix. Los, los, los. Lass mich raus. Rauf, 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 rauf. Oh, au, 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 au. Au, 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 au. Okay, weiter. Bis jetzt sind wir. Aufschnitt drei. Okay. Was ist das? Komm. Nein. Oh, nein. Au, 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 au. Ach, Mann. Wie soll ich so in der Krämpfe, wo alles schüttelt? Oh. Du verzeichert. Ah. Achtung! Granate! Ach. Beide, ja. Weirdos. Ja, schliessen wir ein. Ist voll okay. Wahrscheinlich müssen wir dort runter. Aber nicht ohne die Splittergranaten. Ich weiss, ich hätte noch andere Granaten, aber ich bin eigentlich zufrieden mit den Splitters. Sie sind recht effektiv. Bitte nicht. Oh, das war wie ein 1. So ein Schreckmoment. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Drehst dich auch um an die Leitern. Kleder dich ab. In diesem Moment steht sie vor dir. Bin ich schon mal total verschrocken. Dann bin ich ohnehin angekommen, drehe mich links und in diesem Moment steht Cenkhoff's Schatten vor mir und schlägt mich beim Schraubenschlüssel. Nein, der Fettel war es. So schlimm. Ah, komm, ich kann ran jetzt auch. Oh, oh, viel ran. Oh, ich kann ran, ich kann ran. Und jetzt? Oh. Ah, ja, 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 ja. Das war das nicht. Run, run. Run. Nein, fuck. Oh. Da, nehmen wir's zurück. Oh, dumm. Das ist alles ein komisches Verspiegel. Oh. Auf mein Visier. Was ist das? Das ist hier neu. Oh, ich kann doch rücken. Okay, nicht. Was ist das? Ah, wie weiss. Schlechte Idee. Komm, wir zogen. Oh nein. Oh nein. Äh, das hat's auch gemacht. Mit der Haudi rum. Hoffsam. Mit der Nöte. Holy shit. Hoffentlich sehnte ich mich nicht. Dann wäre ich. So was für dumm. Oh, das habe ich gesehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich aus. Wir sehen uns gleich wieder da. So, wir sehen uns gleich schon wieder da. Ich weiss gar nicht, ob ich die Panzerung das letzte Mal aufgenommen habe. Auf jeden Fall, da liegt jetzt eine Panzerung. Ich bin zu panisch geworden wegen dem Flüchten. Egal. Ah. Das ist gut. Ah ja, der Bauchschuss ist weg. Nein. Oh nein. Ah. Ah. Turning. Ah, das ist gut. Ah, das war ich schlimm zu. Ich hab's doch noch einen Stoff gemacht. Haha, ich hab's doch nicht geschossen. Nein! Der Lapptick war ja jetzt nicht. Ich muss ja auch mal... I guess so. Oh, Mann! Ja, Mann! Was eigentlich nur noch so dood da? So. Weiter. Raus. Überall explosive Sachen. Oh, nein. Oh, crap. Voll easy. Sehr schön, sehr schön. Richtig an ihm gehen. Save Points auch. Oh. Ah, ich hab's fast gedacht. Nein, so einer. Oh, wie viel Halt ist aus? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Irgendwie hat noch mal einer gehöre zu schiessen glaube ich. Oh, zwei Erden. Boah, wie viele ist sie? Wieso wollen wir ihn nicht mehr ausmachen? Oh. Oh, oh, oh. Scharrotflinten-Typ ist er. Nein! Jetzt gehen wir dann die Schüsse aus und ich muss wieder die blöde Scharrotflinte nehmen. Ich würde sagen, es hat nach Granaten getötet. Boom! Ja, ja. Dort liegt schon meine Rüstung, schön. Hier noch ein Objektor. Nehmen wir doch auch gerne. Und ich denke, wieder runter. Wenn wir einen irgendeinen Weg auch abseits von diesen Toren schaffen, finden. Überhaupt. Aber schaffen wir es! Schaffen wir es, um hier rauszukommen. Das sehen wir erst das nächste Mal. Sorry Leute. Bis dann. Peace.